recht herzlich willkommen zur 81 folge von towns so wir sind im spiel haben letztes mal stockpiles gemacht und zwar hier oben der eine wurde schon mit rohenden berlen super befüllt wie man sieht spiel ist in pause warum ist das spiel in pause keine ahnung kommen wir hier weiter habe ich das angehalten kann auch sein ja jetzt fliegen sie wieder und laufen wieder happiness kurz mal gucken 41 von 52 hört sich doch schon ganz gut an hier oben das dach ist zu dann lassen wir auch mal gerade nichts machen getreide wächst das heißt sie können auch essen machen wie sieht es mit den vorräten aus stockpile da acht brote 43 öpfel 77 bieren das ist auch gut also essen ist da können die also glücklich und zufrieden sein bin es 42 steigt auch die am gerade äpfel oder holen gerade äpfel da weg der auch sieht so aus oder ich weiß nicht ach so hier sind auch sachen drunter da war gerade eine apple pie ist ja dann auch hier ist da weiß gar nicht was hier gemanagt ist ach so da sollen solche sachen alles klar gut funktioniert auf jeden fall happiness steigt auf 44 wir brauchen noch acht bis zum nächsten anstieg ja die sind jetzt gerade unterwegs im keller und bringen grüne schleime hoch oder wo sie auch immer weg holen hier sind natürlich auch noch grüne schleime könnte man auch holen genauso wie die rote kugel aber wie der teufel so will holen wir das aus dem keller das weiteste zuerst oder so na dann macht natürlich keinen spaß ist klar eigentlich müsste die happiness runter gehen und drauf aber sie geht tatsächlich noch hoch 45 gut ist auch grüner schleim drinnen da auch ja aber sind glücklich und sie reden am aufräumen da soll man sie dann nicht daran hindern sieben stück bis zum anstieg also er wird gerade das gras das gras das getreide geerntet holt sich ein apfel nein der bringt den grünen schleim hier eigentlich weg hat ihn aber nur angehoben und dann nichts gemacht auch schöner ja gut ist halt so happiness fällt wieder wir brauchen neuner da wurde gerade eine kuh gefüttert interessant das machen aber auch andere sehe ich gerade okay die kühe gehören wohl zu uns keine ahnung wie sie da rausgekommen sind dann ist der zaun da doch nicht dicht oder was ja wir sollten gucken aber das ist doch auch eingestellt dass wir knochen vernichten oder obwohl doch nicht immer einen weg geben oder das war ein 30 knochen auf der welt hier das ist schlecht immer wieder aus 42 52 sind zehn schritte ja sieht alles super aus was die hier gerade machen packen alles weg räumen auf das machen die jetzt nur weil sie keine lust haben im keller zu gehen die roten kugeln und grünen schleim zu holen deswegen räumen die jetzt hier oben auf ne aber ok wenn es so ist ist so ist ja auch gut so ah da bringt einer sogar tatsächlich was in den pannenofen gut da wird ein schwein geholt zum schlachten sonst ist das schwein geschlachtet aber es wird nicht weiter verarbeitet aber da kommt jemand und der macht es und dann haben wir einen lecker und leckern rollbraten und jetzt kommt jemand anders und ist dann gleich auf keiner bei der hunger hat wo kommt der rollbraten wer da kommt ein held und ist den rollbraten ne doch nicht niemand nimmt einen rollbraten und da wird ein brot in der küche gegessen er hat auch in der küche gegessen auch interessant was hat es mit dem rollbraten auf sich dass den keiner isst eigenartig ne oink oink steht er ah da haben wir den übeltäter der jetzt den rollbraten isst hier ist es gandalf de montfort der hat den rollbraten gegessen aber nicht schlimm alles gut er bin es ist allerdings noch wieder gefallen er hat gerade hochgegangen von 39 auf 40 sind aber immerhin zwölf stufen ja müssen wir gucken dass wir das hinkriegen da hat gerade einer irgendwie was geholt oder weggebracht ich weiß es nicht sieht alles ganz gut aus eigentlich ne läuft jetzt müssen wir nur gucken was das war eben 39 40 und jetzt ist es so runtergegangen ist eben da irgendwem eine laus über die leber gelaufen dass er so eine schlechte meinung hat oder was jetzt geht es wieder ganz schnell hoch hm komisch gucken wir mal gerade hier rein oh da sind doch tatsächlich wirklich barfuß und so schuhe schuhe sind ein problem oder was können wir hier keine schuhe machen ich glaube das ist unser höchstes gut was zurzeit haben und ist eigentlich auch angezeigt dass wir das brauchen alles tja müssen wir abwarten dann die red haben wir glaube ich noch nicht ne sneaker red glaube ich auch nicht gullet auch nicht das sind alles Sachen die wir nicht haben hobgoblin nennt ne hobgoblin das letzte was wir haben ja mach mal aus hier gut was macht die happiness denn jetzt 36 gut ja ich würde jetzt fast sagen dann machen wir hier oben noch ein dach drauf ne das war verkehrt da da shift hat es nicht gedrückt aber die ziehen wir jetzt auch gerade bis dahin durch stellt sich mir die frage wo die ja hier können die hochgehen naja und hier geht es ja auch hoch noch da allerdings nicht mehr wie man sieht was haben die denn jetzt geholt holz ok ja braucht man ja auch ist klar ne und da sind sie auch schon am schlitzen um da oben das hinzubauen total happy machen die das drei stück sind schon oben dann würde ich sagen da fehlt einer ne oder oder ne fehlt keiner sieht nur so aus dass einer fehlt fehlt aber keiner ja neue aufgabe neues glück ne ja läuft so da können wir einen so setzen dürfte auch nichts passieren dürfte auch nichts passieren den könnte man auch schon so setzen dürfte auch nichts passieren geht auch geht auch und geht auch müssten alle funktionieren da wir haben sie gut zu tun dran happiness ist wieder bei 40 also auch gut das läuft wieder zwei sieht gut aus jetzt können wir hier sogar schon zu machen das sollte funktionieren das sollte funktionieren läuft geht auch und da ist auch passiert alles voll der geht die sollten alle gehen jetzt außer der da ja wird schön zugebaut ne der ist auch nicht ausgewählt dieser punkt hier ich wollte gerade sagen passiert nichts mehr doch was bewegt sie noch scheißes holz oder so kann auch sein jetzt haben sie keine lust mehr das zu machen doch da kommen sie wieder ok 45 happiness da sind nur noch 7 warten wir aber schon mal 45 ok ok läuft nachher müssen sie da hinten rum ne kann das sein wenn der stein da gesetzt ist dann müssen sie hinten rum so und jetzt können wir hier auch noch gerade zumachen zu hell zu hell ok so jetzt muss jemand hier hinten rüber gehen oder hat er auch gemacht ja jetzt laufen sie da tatsächlich lang ne gut dann würde ich mal sagen machen wir das hier so so das macht die happiness 44 die beiden laufen noch dahin 4 st müssen bis das dach noch kommen 3er dann wohl nur noch 2 und immer noch 2 einer und der sorgt jetzt weiter wunderbar dach zu einer muss noch kommen so was macht die happiness 42 jetzt machen wir da mal grad nix mehr gucken was sie basteln machen tun wie sieht es mit nahrungsfortschritt aus acht brote drei bieren sechs äpfel das ist nicht mehr viel aber ich habe fast die vermutung dass es anderweitig schlecht geworden ist und nicht davon dass die es aufgegessen haben ok hier wird ordentlich aufgeräumt ob es wird geerntet auch gut ja läuft bei dem knochen hat man irgendwie 231 ich weiß nicht ja könnte sein das wird auf jeden fall weniger da räumen sie auf jeden fall gut auf happiness liegt bei 43 den knopf machen auch aus das da unten können wir lassen läuft ne 42 immer noch hier sind jetzt alle hier beschäftigt mit abernten oder mit verbrennen geht auch gut hier liegt jetzt glaube ich nicht mehr ganz so viel dran obwohl der grüne Schleim immer noch da ist und hier ist auch noch ein Speer da fehlt das Mehl wahrscheinlich was da sonst lag deswegen sieht das aufgeräumte aus gut gut ein bisschen ist noch zu ernten hier ist schon alles weg da auch das heißt mal hier in diesem Bereich wird ja auch besser werden ne da da ist schon weg da auch dann auch da sieht gut aus das ist auch weg aber die letzten sind hier noch zu lange da hat das auch schon wieder geklappt gut ich bin jetzt liegt noch bei 42 Mehl ist da Brot ist da dreimal Mehl kann sein dass wir gerade eine Flaute bei Brot haben ja stimmt gut dann müssen wir wieder nachbacken ne ich bin jetzt 43 sind aber kräftig am Backen Brot sind schon wieder 3 da jetzt wollen sie auch weil das Brot da wieder raus oder ne 5 Brote 6 Brote 6 Brote 7 Brote sogar glücklich und zufrieden beim Aufräumen 42 ok 8 Brote 8 Brote 7 6 7 wieder Brote werden genommen und packen und alles prima gut das läuft happiness 42 immer noch ok da tut sich nichts wir haben aber auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter gebaut wir haben hier auch ganz viele grüne Sachen reingekriegt wir sind hier auch am Verbrennen können wir gerade mal reingucken 161 fast 30 glaube ich weniger das heißt es wird auch aufgeräumt die grünen Schleime liegen hier noch aber hier sind schon alle Knochen weg die da lagen das klappt ja schon mal die anderen Knochen liegen vielleicht auch unten aber dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.